Ich bin Andreas und heute machen wir ein neues Smoothie Video. Und zwar machen wir heute leckere Wassermelone mit Kiwi, das habe ich gestern geholt. Kiwi ist sehr gesund und lecker, hat es besser in Citrusflüchten. Dann fangen wir jetzt mal an. Und zwar mit der Wassermelone. Heute ist sehr heiß und zwar fast bei 35 Grad. Und dazu der Wassermelone ist sehr gut. E.S.T. Kiwi E.S.T. 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 Es ist kein Wissen hier, ja ich weiß. Das mixen wir jetzt, die Batterie geht schon eher von der Kamerasichtfahrt, so schnell Das mixen wir jetzt Fertigen mix und wie ihr sehen könnt, eine schöne Konsistenz Ich probiere mal, wie es schmeckt Ist nochmal frisch Könnt ihr gerne Atem machen, was ihr wie in der Fallart drauf hoch Was ich da runterkomme, ist immer gewünscht Könnt ihr gerne Mutig Wünsche machen, unten drunter schreiben, einen Kommentar Und dann bis zum nächsten Mal schön ist und schwimmt jetzt mal da in diesem Tag hier so Weil es binden sie ja an draußen, das Wetter und so Ist ja schön heiß draußen, da können sie schwimmen und so Ist ja Flirt, ist ja Flirt, Flirt wird da so Und dann flirte ich mal draußen oder so Oder geh ich schwimmen mal gucken Und dann bis zum nächsten Mal, tschüss